Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich nehme ein italienischer Frühstück und ein heißer Schokolade. Und was nehmt ihr? Ich möchte ein Kaffee mit Milch, ein Toast mit Honig und einen Orangensaft. Also ein italienischer und ein heißer Schokolade, ein Kaffee mit Milch, ein Toast mit Honig und einen Orangensaft. Das ist es. Danke. Bitte sehr. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Bieten Sie noch etwas? Nein, danke. Nichts mehr. Entschuldigung. Ist Herr ein Kaffee? Es tut mir leid. Sofort bringe ich den Kaffee. Danke sehr. Entschuldigung. Wir möchten gerne zahlen. Gerne. Zusammen oder mitzahlen? Zusammen bitte. Und können Sie mir bitte eine Kredit aufstellen? Natürlich. Das macht dann 850 Euro. Kann man mit Kreditkarte bezahlen? Ja, sehr gerne. Mach 25 Euro. Danke für die Wundervereisen. Vielen Dank. Ich freue mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis Imagine. Höhen. ệ υ Beleidung. Rahmen. Ön. Untertitelung des ZDF, 2020